Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Führer lebt. Ihr Mordanschlag ist gescheitert. Da muss man sich schon sehr wundern, dass ein so unpolitischer Mensch einen Attentat dieser Größenordnung plant und durchführt. Der Hitler ist schlecht für Deutschland. Da kann man nix machen. Okay, aber es wird doch immer schlimmer. Man kann nicht warten, bis es so spät ist. Es muss sein. Hast du das getan, Schorsch? Es. Welcher Wahnsinnige steuert sie, die Vollidiotze? Es ist, wie ich's sag. Du kannst nicht mehr aus dem Haus kriegen als die Wahrheit. Wir legen die Wahrheit fest. Ich wollte durch meine Tat auch nur ein noch größeres Blutvergießen verhindern. Wenn der Mensch nicht frei ist, stirbt alles ab.